Wir stehen heute in der Südstadt und dürfen heute begrüßen eine Delegation der Stiftung Live to Love. Eine Stiftung, die sich mit dem Thema Klimaschutz und Gleichberechtigung beschäftigt und sich auf den Weg gemacht hat, per Rad bis nach Kopenhagen weiterfährt und hier in Rostock Station macht. Station macht, um gleichzeitig eine Botschaft zu senden, die da heißt, setzt euch für den Klimaschutz ein, um das Leben in der Welt stabil zu halten. Und stabil heißt, gesund zu halten. Und wir danken ganz herzlich der Stiftung Live to Love, denn wir werden heute beschenkt mit drei Klimabäumen, nämlich dem Blauglockenbaum. Und genau hier am Südring, hier in unserer Stadt, werden diese drei Klimabäume, so nennen wir sie, denn sie sind widerstandsfähig bei sich verändernden Klima- und Wetterkapriolen, werden wir diese drei Bäume jetzt eben gerade pflanzen. Und sie sind ein Stück weit auch Symbol dafür, dass wir als Hansund Universität Stadt Rostock mit dem Ziel Klimaneutralität, Klimaschutz uns gut auf den Weg gemacht haben.